Am 22. Juli fand Giovanni Zarellas bisher größte Ausgabe von die Giovanni Zarellas Show statt. Doch im Netz übten die Zuschauer schon während der Ausstrahlung Kritik. Giovanni Zarellas – bittere Kritik im Netz. Die Vorfreude bei den Fans war riesig. Am 22. Juli fand die ersehnte nächste Ausgabe von Giovanni Zarellas – 45. Die Giovanni Zarellas Show statt. Mit dabei waren unter anderem Kerstin Ott – 41, Maite Kelly – 43 oder Anna-Karina Wojciak – 30. Letztere cancelte für ihren Auftritt bei dem italienischen Musiker sogar ihren geplanten Auftritt bei Immer wieder sonntags. Auch Michelle – 51 – hätte eigentlich mit von der Partie sein sollen, musste aber kurz vorher doch absagen. Laut Bild hatte sich die Schlagersängerin eine Lebensmittelvergiftung zugezogen. Der Stimmung in der Westfalenhalle tat das aber keinen Abbruch, im Gegenteil. Das Publikum wirkte begeistert von der Show. Zuschauer – dieses schlechte Playback. Doch bei Twitter und Co. hagelte es während der Ausstrahlung von Giovanni Zarellas Show auch heftige Kritik. Der Grund? Unter anderem störten sich einige Zuschauer daran, dass viele Schlagerstars Playback sangen. Dieses schlechte Playback. Mein GEZ-Beitrag ist wie immer perfekt angelegt. Ich frage mich ja, warum Menschen sich ein Ticket dafür kaufen, um den ganzen Abend Playback zu hören. Tja, blöd, wenn man das Playback nicht lippensynchron vor dem Spiegel geübt hat, Frau Zimmermann, gell? Die Full-Playback-Show ist ja heute extrem. Kerstin Ott klingt doch normal anders? Autsch! Was für harte Worte für die Schlagerstars. Allerdings längst nicht neu. Auch Florian Silbereisen, 41, musste sich für seinen Schlagerboom-Open-Air Anfang Juli ähnlich kritische Stimmen im Netz gefallen lassen. Vielen Dank.